Es existiert bereits seit Urzeiten. Frühere Zivilisationen haben es verehrt. Es kann einen Menschen mit einem einzigen Biss töten. Ich hab gehört, der Mann wurde in zwei Hälften gerissen. Kommen hier Übergriffe durch Bären vor? Bären greifen niemals unter Wasser an. Dann muss es wohl ein Biber gewesen sein. Was war das? Egal was es ist, ein Schuss damit und es ist tot. Oh nein. Sheriff, wie viele Männer haben Sie? Sie möchten uns helfen, es aufzuspüren. Die dürfen es nicht umbringen. Einige Spuren sind rätselhaft. Können Sie mir sagen, wie es hierher gekommen ist? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Und andere Teile... ...fehlen dafür ganz. Was ist ein menschlicher Zeh? Ist das der Mann, der umgebracht wurde? Er kam mir größer vor. Oh mein Gott. Bill Pullman Erschießen Sie es! Nein! Wie bescheuert ist dieser Typ eigentlich? Bridget Fonda Vorsicht! Dann... Oliver Platt Bestimmt ist es wieder rausgeschwommen. Oder auch nicht. Ich glaube, wir haben die Lage jetzt im Griff. Das älteste Geschöpf der Welt hat eine neue Heimat gefunden. Hilf mir! Ich bin zu mir! Hör runter! Lake Placid Es ist schneller als dein Schrei. Er ist besser aus. Man kann das alles zur Verfügung. Weitere es��서 nicht in必要��nis wird. Es ist mehr als dein Schufen. ! Mit